King Kong greift meine Stadt an! Kann ich es schaffen, ihn aufzuhalten? Guck, dafür das Video bis zum Ende! Guten Morgen, Welt! Hallo, Leute, was geht? Guckt mal, ein schöner, neuer, sonniger Tag. Aber wieso ist denn die Stadt so leer gepustet hier? Sag mal, dieser Automat hier? Der Geldautomat scheint auch nicht zu funktionieren. Wieso? Da ist doch einer! Koopa! Koopa-Haltekiste! Wo sind denn die ganzen Leute hier? Ist ja gar nichts los! Psst, psst, mein Alter! Soll doch mal leise, Mensch! Soll nicht so laut! Wieso nicht so laut? Hier ist doch keiner! Wir stören doch niemanden! Was ist los? Hier ist doch gar keiner! Hast du es einfach noch nicht gehört, oder was? Wie? Was gehört? Was soll los sein? Der riesige Affe King Kong ist ausgebrochen! Alter, gefährlich! King Kong ist ausgebrochen? King Kong ist doch erfunden! Den gibt es doch in echt gar nicht, sag mal! Du hast ja gar keine Ahnung! Oh, doch! Der zerstört die Nachbarstadt! Du musst da hinkommen und helfen! Los! Die Nachbarstadt wird angegriffen von King Kong? Okay, wo finde ich denn die Nachbarstadt? Welche meinst du? In welche Richtung soll ich laufen? Sag mir! Ich sag dir nur, wenn die Leute ein Like da lassen auf dem Video! Los, Leute! Like jetzt! Ey, Leute! Tut mir mal den Gefallen! Liked das Video und abonniert den Kanal! Dann sollt ihr mir sagen, in welche Stadt ich muss, ja? Also ich will nicht, dass meine Stadt hier auch angegriffen wird! Sag mal! Das kann nicht sein! Okay, danke, Leute! Pass auf! Du musst nach New Town! New Town? Alles klar! Diese Richtung! Okay, und wie soll ich den dann angreifen? Oder zerstöre ich mich? Wenn du sagst, King Kong ist riesig, dann kann ich doch auch nicht gegen den ankommen! Was soll ich machen? Ich habe doch keine Chance! Soll ich den anpusten oder was soll ich ihn treten? Dann denkt er sich, was ist das denn für eine Fliege? Ich habe hier eine Geheimwaffe, die kannst du haben! Wow! Korrekt! Danke! Was ist das? Kannst du mir das erklären? Ist das ein Fernglas? Pass mit dem Ding bloß auf! Du kannst es ja mal austrobieren, aber bitte nicht hier! Okay, äh, nicht hier ausprobieren! Oh Gott! Hä? Diese Leute hätten da ein roter Punkt nehmen dir! Was ist das für ein Geräusch? Was ist... Wow! Um Gottes Willen! Ist das ein Raketenschauer? Oh Gott! Nein! Es tut mir leid! Oh nein, Leute! Ich habe Koopa! Oh Gott! Koopa wird einfach zerstört! Nein! Ich muss jetzt schnell nach New Town und King Kong aufhalten! Und hoch hier! So, zack! Was, Leute? Guckt euch das mal an! Einfach die Stadt! Die brennt einfach da vorne schon! Da hinten muss King Kong sein! Guckt euch das an! Alter, wie krass ist das denn bitte? Ähm, was ist... Was ist das denn da oben? Wieso ist da ein Ufo da oben? Ähm, sind da noch mehr Ufo? Da sind noch mehr Ufos! Okay, warte mal! King Kong sehe ich jetzt das erste auch nicht! Willst du mir also sagen, ich muss die Ufos alle einstürzen lassen, damit King Kong rauskommt? Wahrscheinlich! Oh ja! Gut, dass ich einen Jetpack habe! So, zack! Und... Geht das Ufo jetzt davon kaputt? Es kippt! Oh Gott, es kippt! Drauf hier auf den Kran! Nein! Oh mein Gott, das Ufo kippt! Ich muss hier runter! Ich stehe mit dem Jetpack! Bam! Das Ufo ist da einfach gerade reingecrasht! Was? Okay, warte mal! Das heißt, ich muss alle Ufos einmal zerstören! Wo ist noch eins? Da drüben sind noch drei Stück! Das kriege ich hin! Okay, Leute, das nächste! So, zack! Aktiviert und... Jetzt runter, hier, runter, hier, runter! Auf den Lambo, auf den Lambo, auf den Lambo! Ah! Oh, um Gottes Willen! Okay, und das Ufo ist abgestürzt! Ja, da vorne ist es abgestürzt! Sehr gut! Dann machen wir mal hier kurz mit Lambo Angriff auf das nächste Ufo! Und zwar zack! Ja! Bam! Raus hier in der Luft schnell und hier raufhauen! Reicht das? Ist reich! Wow! Es stürzt einfach auf mein Dach! Halten, halten, halten! Festhalten! Oh Gott, jetzt bin ich im Wasser! Und das Ufo haben wir auch kaputt gemacht! Sehr gut! Es ist hier nur noch ein einziges und das ist da hinten! Wow! So, und auch hier hochgeflogen! Zack! Deaktiviert, Leute! Jetzt muss King Kong auftauchen! Oh Gott, da kippt das Ufo einfach um und bam! Crash hier in die nagelneue Autobahn rein! Verdammt! Ich frage mich jetzt, ob da irgendwelche Aliens rauskommen! Aber es sieht nicht so aus! Okay, jetzt müsste King Kong angeblich hier in der Stadt sein! Wir können ja mit dem Jeffy ein bisschen rumfliegen und gucken! Vielleicht hier drüben irgendwo? Netter Affe! King Kong! Hört ihr was? Seht ihr? King Kong! Da ist er! Um Gottes Willen! Guckt euch an, Leute! Da ist er! Er steht da! Ähm, warte mal! Wie mache ich das jetzt? Oh mein Gott! Er macht irgendwas! Er schreit! Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss mir erstmal ein Herr der Lage werden! Erstmal einen Überblick schaffen! Oh Gott! Wow! Was macht er, Leute? Oh mein Gott! Er hat den Helikoptern zwei geteilt! Oh Gott! Er kann doch gelaufen mich zu! Er ist voll am durchdrehen! Ich wollte mir hier noch nur kurz was angucken! Laufen und schnell runterspringen! Leute, weg hier vor dem! Oh mein Gott! Guckt euch an, wie gruselig der aussieht! Er läuft los! Ähm, was mache ich am besten? King Kong! Vielleicht kann ich ihn auch einfangen! Ich meine, King Kong ist doch eigentlich... Der will doch bestimmt eigentlich nichts Böses machen, ihn direkt zu töten! Wenn ich das sogar auch schaffen würde! Also, das weiß ich nicht! Aber ich könnte versuchen, ihn einzufangen! Netter King Kong! Äh, sieht er mich hier? Oh Gott, oh Gott! Ich glaube, ja! Ich muss mal meinen Kollegen bei der Navy anrufen! Alter! Das Auto hängt hier einfach gerade fest! Und wo ist King Kong jetzt? Ich wollte hier gerade nochmal gucken! Ich soll nämlich einen Standort durchgeben! Da oben ist er drauf! Was? Mitten auf dem Gebäude! Das kann ich nicht glauben! Guckt euch an! Er macht das ganze Haus da oben kaputt! Da brechen die Teile runter! Okay, warte mal! Das ist meine Chance, ihn da oben jetzt zu greifen! Mit dem Helikopter und einem Seil! Das könnte funktionieren! Wow! Was macht er, Alter? King Kong ist ja völlig am durchdrehen! Sag mal! Auf einmal springt er da runter aus dem Nichts! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was soll ich denn noch machen? Ich muss irgendwie neben ihm landen! Wow! Okay, King Kong! Jetzt war's! Lass uns hier erstmal hier betäuben! Erstmal betäuben! Oh! Aufpassen! Ach, die Häuser! Die Häuser aufpassen! Sag mal! Oh mein Gott! King Kong unten macht alles kaputt! Guck mal, wie das hier brennt bei dem! Der lässt das ganze Haus da einschützen! Guck mal, wie das da brennt jetzt! Alter! King Kong haut alles weg! King Kong haut die ganzen Gebäude kaputt! Der ist ja völlig am durchdrehen! Da! Die ganzen Gebäude erschlägt alles Schrott! Hier, das Hochhaus! Er hat es gleich durchtrennt! Jetzt werden wir mal ganz kurz den ganzen Hochhaus durchtrennt! Oh mein Gott! Der steht mitten im Feuer! Guckt euch das an, Leute! Wie krass das bitte aussieht! Wie er da im Feuer steht! King Kong! Du wirst aufgehalten! Hast du verstanden? Hier, guck dir das an, Leute! Wie es einfach brennt! Ähm, okay! Wie mache ich das jetzt am besten? Am besten so jetzt raus hier! Okay, okay! Ich bin auf King Kong drauf! Auf seinem Kopf drauf! Blöder Affe! Blöder Affe! Blöder Affe! King Kong! Oh mein Gott! Er sucht mich! Er schätzt mich, dass ich auf ihm drauf bin! Ähm, naja! Ist ja gut! Ich gehe runter! Ich gehe runter! Weg hier! Weg hier! Okay, das ist mein Helikopter! Dann könnt ihr doch fliegen! Ich muss nur ein Helikopter! Nein! Er hat mein Helikopter weggetreten! Verdammt! Ähm, jetzt hat er meinen Helikopter falsch weggetreten! Warte mal! Kann ich nicht den Helikopter... Ich kann den Helikopter fliegen! Okay, warte mal, warte! Und dann... Er haut hier alles um sich, sag mal! Oh mein Gott, er kommt! Warte mal! Er hat den Helikopter, oder? Er hat den Helikopter halb im Bein stecken! Reicht er mir auch fliegen? Wow! Oh Gott, das will ich mal! Er rastet ja völlig aus! Jetzt hat er einfach einen Helikopter ein Bein! Ich muss mir einen neuen Helikopter holen! Neuer Helikopter ist am Start, Leute! Jetzt muss ich einfach nur noch sein! Hier verbinden mit dem Helikopter! Komm schon! Äh, stopp! Okay, das reicht! Das reicht! Verbinden mit ihm! Komm schon! Ja! Mit King Kong mal binden! Los! Hier unten Helikopter mit King Kong! Na komm schon! Na komm schon! Mit dem Fuß hier! Komm, 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 komm! Irgendwie einfach nur mit King Kong! Einmal jetzt! Das reicht! Das reicht! Stellt mir vorher! Ja! Okay, ich hänge! Ich hänge dran! Ich hänge dran! Und wegfliegen! Wegfliegen! Oh mein Gott! Okay, vorne mein Cockpit ist ein bisschen kaputt gegangen! Aber wir haben ihn am Seil! Wir haben ihn am Seil! Sehr gut! Und jetzt einfach nur wegfliegen! Komm schon! Bringt das was? King Kong! Ich kann nicht wegziehen! Hier, Alter! Guck dir mal das Seil an! Das Seil einfach! Ich hänge einfach am Seil an! Oh mein Gott! Er zieht mich wieder runter! Jetzt zieht mich wieder runter! Ich muss raus! Ich muss raus! Oh mein Gott! Der Helikirkon zieht gefühlt an dem Seil dran! Sag mal! Was soll das denn werden hier, wenn es fertig ist? Äh... King Kong, bitte! Hör auf damit! Hör auf damit! Ähm... Kann ich hier raus auf den Kran? Oh mein Gott! Der Heli war drunter gezogen! Wow! Wow! Au! Und da ist er! Er hat aber mein Helikrad runtergezogen, Leute! Was will... Was macht der? Was macht der, Leute? Guckt die euch an! Der ist ja wohl völlig am Durchdrehen! Ähm... Kann ich hier nicht... Ich muss irgendwas machen! Äh... Irgendwie, wie ich ihn aufhalten kann! Hier... Bringt das fast die Bäume an zu zünden? Nein! Ähm... Warte mal! Ich hab einige krasse Waffen! Hier die Shotgun! King Kong! Verlass hier die Stadt! Hast du gehört! Guck mal! Der brennt sogar gerade! Der hat anscheinend gar kein Schmerzempfinden mehr! King Kong! Es tut mir leid! Aber ich kann die nicht einfangen! Ich muss dich töten! Okay! Das geht auch nicht so ganz fast! Ähm... Dann vielleicht hier... Machen wir den hier... Zack! Auf die Nase! Das ist doch eine schmerzhafte Stelle da oben! Oh mein Gott! Jetzt wird das hier auch noch zum Evil King Kong oder was? Hier! TNT King Kong! Stirb! Ja! Er ist zu... Oh mein Gott! Er ist schon mal zu Boden gegangen! Sehr gut! Aber... Oh! Er hat Schmerzen! Er hat Schmerzen, Leute! Er hat Schmerzen! Schafft er es wieder aufzustehen? Oh! Er hat Probleme! Oh! Er will aber! Er hat Probleme! Er will wirklich aufstehen! Ich mach weiter! Mach weiter! TNT rein! TNT rein! Ja! Das war's mit dem King Kong! Er will aufstehen, Leute! Ihr seht das da! Ihr seht da, wie er um sich haut! Schafft er das? Er schafft es nicht! Er schafft es nicht weiter! TNT rein! Hier rein mit den Bomben! Los! King Kong! Du wirst aufgehalten! Du hörst auf, wie die Stadt zu zerstören! Oh Gott, Leute! Er stellt sich wieder hin! Oh Gottes Willen! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Was macht der? Der haut hier wirklich um sich! Der hat echt Probleme! Also gefühlt kommt der da nicht hoch! Er probiert alles! Rechts, links, rechts, links! Aber ich glaube, seine Beine haben schon so viel Schaden abbekommen! Der kann gefühlt kaum noch laufen! Und jetzt brennt auch noch sein Fell! Und er kann sich kaum löschen! Boah, das ist ein bisschen Sünde, Leute! Komm, ich versuche ihn zu löschen! King Kong, ich weiß, du willst eigentlich nur was Gutes tun! Ähm, warte mal, am besten! Ich nehme hier, ich habe hier irgendwo so einen Laub gebläse! Das hier! Das nehme ich! King Kong, ich helfe dir! Keine Sorge! Feuer löschen! Los! Du musst ruhig halten, King Kong! Sonst kann ich dich nicht löschen, Leute! Ey, das tut mir jetzt voll leid für den! Das ist doch auch nur so ein Affe! Der kann doch nichts dafür! Guck dir das an! Oh mein Gott! Und er macht aber trotzdem die Stadt kaputt! Wie soll ich den jetzt einfangen? Ich meine, der ist ja ganz klar geschwächt! Man sieht es ja! Aber wie soll ich den jetzt am besten einfangen? Ähm, ich kann ihn nur töten! Leute, wollt ihr, dass ich ihn töte? Hashtag ja oder Hashtag nein in die Kommentare! Wow, jetzt heißt der noch! Ich gehe aufs Gebäude hier! Der reißt hier wirklich alles ab jetzt gerade noch! King Kong, es tut mir wirklich leid! Ich muss nicht angreifen! Ich kann es nicht anders... Ich kann nichts anderes tun! Ich muss nicht angreifen! Sorry! Du hörst auf! Du hörst auf, hier die Stadt kaputt zu machen, Leute! So hier, gemeinsamer Schaden! Ich sage euch, der hat da keine Chance, hier so lange durchzuhalten! Hier nochmal, hier nochmal! Schön, alles kaputt machen, schön viel Schaden! Oh, der brennt, der hat richtig Schmerzen! Ihr seht das auch schon an seinem Bauch, ne? Boah! Jetzt haut der Bild um sich! Jetzt wird er langsam richtig wild! Ähm, wie mache ich das am besten? Warte mal! Zeppik allein! Kuba hat mir auch diese Geheimwaffe gegeben! Oh mein Gott! Wenn das jetzt funktioniert, ne? Wenn das jetzt funktioniert! Okay, Geheimwaffe ausgewählt! Warte, nicht Laserschwert! Was ist das denn? Eine Laserwaffe! Könnte ich auch benutzen! Hier, Laserwaffe rauf, da! Zack! Oh mein Gott, guck mal, wie viel Schaden der Brust da bekommen hat! Da mit einer Laserwaffe! Der schmilzt ja richtig! Okay, sehr gut! Ähm, wo ist jetzt... Oder die Lavawaffe war es eher? Wo ist jetzt hier? Das hier! Okay, was nehmen wir? Wir nehmen jetzt einmal ganz kurz auf den Kopf zielen! Ich weiß aber nicht genau, wie! Ich würde was sagen, das ist der Kopf! Oh mein Gott! Wir haben den Kopf getroffen! Und jetzt müssen Raketen kommen! Jetzt müssen Raketen kommen! Da kommen die Raketen! Um Gottes Willen, Leute! Weg hier! Vorsicht! Ich schlieb mir der Drohne mal hoch und guck mir das an! Da, guck dir das an! Bam! King Kong wird getroffen! Zack! Die Raketen machen ihn, dass er sich in 1000 Teile auflöst, Leute! Guckt euch das an! Von dem ist nichts mehr über! Was? 1000 Teile von King Kong! Der hat ja gar keine Chance gehabt! Guckt mal! Oh mein Gott, Leute! Jetzt tut es mir auch ein bisschen leid, dass ich King Kong getötet habe, ne? Alter! Wie krass ist das denn, bitte? Ist einfach nur noch ein krass großer Fleischhaufen Affe! Oh mein Gott, Leute! Wir haben King Kong einfach komplett getötet! Von ihm ist nichts mehr über! Wir konnten King Kong zwar nicht wieder einspenden und in den Zoo bringen, aber wir mussten ihn töten, Leute! Uns hat er zu viel Schaden gemacht! Das tut mir wirklich leid! Aber es musste so sein! Freunde, was für eine krasse Folge! Lasst ein Like und auch ein Abo! Da wird es sich kümmern, wenn es sich schreibt! Tut mir den Gefallen! Und folgt mir auf Instagram, da heißt ich Kaspar! Link dazu in der Videobeschreibung, da antworte ich jedem! Deswegen könnt ihr mir gerne mit mir schreiben, wenn ihr mal Bock habt oder sowas! Was auch immer! Check jetzt mal meine Videos aus! Wir sehen uns in den nächsten Video bis dahin! Und ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal!